ja hey willkommen mein name ist an die rlp und gesorgt zurück zu let's play test of cd2 der letzte folge haben wir die bonus episode oder das bonus kapitel abgeschlossen und da sind jetzt gerade dabei es abzuschließen da steht ja noch habe ich jetzt erst gehen ja und ich gehe weg ich möchte nicht schon wieder in kampf verwickelt werden wenn ich mich begrüße oder verabschiede das war ja sehr schön im letzten part so die zukunft erschafft gucken wir uns das mal ich habe nie gedacht dass die gleiche unterliegenprinzipien würden spirit arts spirit summoning und sogar spierreit creation ich denke das ist ein Beispiel von zu sehen die forest für die bästchen congratulations jude you're ready to create a new future with spierreit jude radeau sagte dass ein lebendig ist für maxwell Aber wenn die Proof ist der Menschheit, wie die Sacrifice-Mitte endet sich auf die Spirius-Korporation zu verabschiedern? Weil das, die andere Miele sterben. An einem Moment in der Geschichte, jemand muss es glauben, dass ein Sacrifice war die Proof. Verabschiedetze in eine Song. Verabschiedetze als Proof von der Verabschiedung. In der broadsten Sprache. Das sind beide Sprache, was in einem Herz ist. Also, sogar die Natur der Proof ist durch das menschliche Herz. In Konjunktion mit dem Herz des Spirit, der es akzeptiert. Rowan, es werden keine Spirates, die unser Zukunft kreieren. Es werden unsere eigenen Herzen. Verabschiedetze. Es ist genau wie du sagst. Bad Ending. Ah! Schon wieder, Spreeze. Ich kann hier all day stehen. Das tut. Ich gehe zurück zur Drizelle. Und du genießt die Natur. Schon wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Wir können übrigens ganz viele Aufträge hier abgeben in den Auftragsbrettern. Auftragsbörsen. Ja. Miram, exact. Aha! Ich wusste, dass du alle wieder zurückkriegst. Es gab keine Gefahr in meinem Gedanken. Entschuldigung mich für dich so, meine Frau. Die Gefahr in deinen Augen ist obvious. Es waren nur... Es waren nur Tears von Relief. Das ist alles. Alles wird okay, Drissal. Wir schrauben die Golems in die Schmerzen. Also, du hast sogar den neuen Modell. Sehr gut. Danke. Jude und Luger versuchten die Spirite von Maxwell zu helfen. Bist du ernsthaft? Wow, Jude! Das ist unglaublich! Und ziemlich gut, oder? Well, sicher. Aber das ist nicht warum ich so glücklich bin. Ja, genau wie Menschen. Das sind sie auch. Und wie. Oh, gut gesagt. Na klar, ich sag immer tolle Sachen. Fair enough. Ich glaube, das liebt Origins Trial als unser finales Obstacle. Wenn wir diese Welt und ihre Menschen schützen wollen, dann ist es Zeit, dass wir unseren Weg in das Land von Canaan machen. Aber waren wir da schon? Habt ihr nicht die Folgen gesehen, die ich aufgenommen habe? Ihr wart doch auch da. Ich sagst du, Mila, und Buch der Harmonie, Jude. Ah, Fertigkeit, Jude, Synchronisation, Mila, Synchronisation. Ah, ja. War irgendwie so. Da kommt irgendwie so Elemente, oder so, glaube ich, einsetzen. Geisterverschämung kann während der Verbindung mit Nieder benutzt werden. Und Jude, Synchronisation. Ah. Cool. Das hatte ich gar nicht im ersten Teil. Ich hatte Dingens. Äh. Von Jude, aber von Mina hatte ich noch nicht. So. Warte jetzt. Das war schon wieder nichts zu tun, glaube ich. Soll ich wieder Geld sammeln oder was? Ja. Okay. In Rallye muss man da was machen. Oh, Hallöchen. Na? Warte in dem Part machen? Weiß nicht. Ich möchte mir mal angucken, was Dingens hier machen. Was die Elite-Bestchen hier so machen. Ob die sehr viel stärker geworden sind, oder irgendwie sowas. Gucken wir aber erstmal. Kampf in der Dunkelheit. Und, äh. Horn eines Einorts. Wo krieg ich das her? Das heißt, ich zahle ein hübsches Sümmchen. Ja. Gehen wir mal nach Venmond. Vielleicht bin ich das da. Am Hauptplatz. Wo soll ich ein Horn eines Einorts herbekommen? Und der Hauptplatz. So ein Horn eines Einorts kleiner. Keine Ahnung. Der Jemanden Horn des Einorns. Horn des Einorns. Keine Ahnung. Äh. 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 Lütgar Elvin Lea. Gehen wir mal. Okay. Ist ja egal. Lütgar Elvin Lea. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt nochmal mal wieder. Und. Nö. 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 Vernahmt! Nö. Nö. Keine Ahnung. Sagen wir gehen dann mal ins Bonus Dungeon oder was? Oder machen wir erstmal in diesem Folge noch irgendwelche Dinge ins Platz? irgendwelche elite monsterplatte um zu gucken wir jetzt sehr viel stärker sind oder nicht im war das team und den ja zack so dann gucken wir mal wo sich hier das weihwind auge zum beispiel befindet wenn wir wieder was ja bams bams ja 100.000 kalt für jede zweite mission also warum nicht nix okay verdammt so wo ist jetzt dingens hier elite das ist der torball an nöhenstraße noch immer der torball an nöhenstraße schon mal dahin ich wieder finden dort torball an nöhenstraße ist so direkt hier dann kommen wir ja wir machen nicht fertig wo immer du bist was auch immer du bist wir werden zerstört keine ahnung wir können ja pflichten wahrscheinlich können die überhaupt nichts neues sind aber nur stärker aber vielleicht könnt ihr auch voll vieles und sind jetzt voll schwer weiß ich ja nicht ich will es jedenfalls herausfinden mit euch und ich alleine wir kriegen eine menge geld welche wahrscheinlich auch auf screen erledigen weil noch mal alle elite monster zu bekämpfen ist bestimmt auch nicht geil anzusehen außer wir gehen richtig schnell du komm her titel den tinte der das habe ich noch bei mit auge ex watt hat eine millionen ap vielleicht ich ja hier irgendwann man holt es ein und egal und falsch du bist anfällig gegen super wenn wir nicht verbunden mit elven der hat 9199 café sehr gut und wir machen natürlich kann ich da wird das gedacht wir machen natürlich völlig mal her willst du eigentlich auf den finalen bock schon erledigt denkst du du hast eine chance gegen mich vielleicht irgendwie eine andere truppe mitnehmen sollen weil der ist gegen waffen allen möglichen hier resistent das ist nicht gut ich auch verbiegen noch mal den hier war ja was hat nein du sagst er ist nämlich nicht mehr rücksicht darauf wir haben einsätze naja mit dir hat man auch nicht nein du sollst normal angreifen fahren ich wollte sehen wird von layer ich habe gesagt ich habe gesagt hey 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 come on really my apologies naja 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 machen wir so fertig ja ja trotzdem aufs maul ne ja und zwar auch voll schaden rein und so aber wenn wir mal getroffen werden dann bekommen wir auch schaden und zwar dicke er ist vergiftet und hat irgendwie die schwäche und so meine güte ich glaube ich bin noch irgendein kampf da ist nicht exoten da wird auch so der schiff und fast tot mit einer kanad erledigt wie am boden war noch klacks habt ihr eigentlich soll ich noch mal erledigt also schon sagen dann belohnung abholen dann zum nächsten rennen einfach so haben wir noch zeit ich möchte es nicht unbedingt mit der bonus schon beginnen können beim nächsten bad machen so und 200.000 geld bekommen so wieder belebungen ist weil ich wahrscheinlich auf screen alles machen der gibt 640.000 verrückte wissenschaftlerin hoha diesmal ist gegner furchterregend stark in der im allerliebe fahrt wenn man es doch hier die schwachen ich kämpfe so ein scheiß wie ich tatsächlich meine bohnen ein bord wollte wissenschaftlerin ja verkommen sonst diese ganze mission ja immer gemacht und punkte zu bekommen weil ich kommt dutzende punkte ich habe die extra tor viel zu früh komplettiert habe ich die punkte viel zu früh kompletter ich habe alles viel zu füllen machbar zu folgen so dann suchen wir mal gleich auch party mitglieder aus von dem man noch nicht die vermuten der mystiker zu kennen also gar nicht kennen war eben kann man noch nicht ich glaube gut haben wir noch nicht doch gut aber auch gesehen in dies haben wir gesehen haben wir gesehen wir sehen nicht aber nicht gesehen und ja noch mal ich glaube kann ein bisschen ob die kakao alle die seeerven ja vielleicht durch die doch alle mal irgendwann in einem part machen weil ich glaube wir müssen ein bisschen trainiert werden für die bonus dann schon was ich mal alles kommt ist ja alle die seeerven alle die manchmal die sie auch nicht idiot kann ich einfach von da ich bin auch manchmal ein bisschen bei m hat so meine katze zurückkehrt gehe wieder aus ich war schon in dem bonus dann schon kriegen wir bestimmt auch unsere letzten beiden katzen wird passen eine ist man wahrscheinlich finden eine wird irgendwie so besucht dann haben wir 100 katzen bäms ich habe schon auch voll die geile belohnung kolosseum ich muss ja zum kolosseum noch aber erst mal die schulden abbezahlen ja dann können wir also kolosseum waffen und zukünftigen und so und dann werde ich voll über port sei mir wird schon ein bisschen über port kann das sein und wie dauert sich irgendwie das gleiche wie ich glaube ich war nicht hier das war irgendwo da hinten wieder gleich passieren wie in symphonie aber ich auch voll über port bin gut ist höher als level 100 kann man wobei ich gar nicht im ersten mal kommt man level 99 erreichen weiß jetzt nicht wie er dem den toll ist vielleicht kann man ja auch nur 99 erreicht dann kann ich ja irgendwie nicht zu stark sein ich glaube level 99 hatte ich auch probleme also nicht mehr er hatte ich mich verdammt egal wo ist das viech aus allerliebfahrt ist ja hier oder ich meine mich zu erinnern dass jeder irgendwann so und viel ich war oder war doch auf einer seite weil irgendwie das war irgendwie das erste fliege dass ich hier in riese maxi erleicht und ich habe voll aufs maul bekommen damals dann kann ich mich noch erinnern und dann schätze ich mal dass dann wie ich mir auch doll auf die nase geben wird vielleicht oder auch nicht ich bin schon mächtig stark also vielleicht nicht wenn ich natürlich nur finden könnte wenn ich da da wird doch ich habe es wegen der größe fast gar nicht gesehen weil der eine viech hier eine wolf da kann er ruhig mal weg gehen ich möchte nicht gegen zwei kämpfen doch wenn er eigentlich wahrscheinlich verschwindet weg wäre ja ich bin auch noch fällig ob du willst oder nicht natürlich ist ap mäßig schwächer okay ja ich habe nicht mehr ding ist oh man wird aber mehr aus so abwehr mäßig vielleicht mache ich doch irgendwie man von jedem aufnahme so einfach sind die ja anscheinend nicht zu erledigen wie man jetzt sieht schon sagen was machst du das wird sogar wieder notwendig den komat zu setzen hätte das gedacht es ist natürlich die die als einzige wiederbeleben kann verreikt und bist du in anführlich gehen nix geil also wohl noch keine heiler hat warum bin ich mit so der truppe eigentlich eigentlich doof auch mal her so diesmal nicht sag ich bin meine power ranger klamotten kannst wir nichts sag war es schon wieder music nein hör auf mit dem weg warte mal machen wir hier zack zum auf auf den jungen auszugehen ja aber schön an der halle sagt wer denkt so kann es vertragen und jetzt noch mal gleich und schon wieder hat den war gar nicht geplant egal er sei richtig geil aus nein okay gut schon sagen meine güte wert alles jetzt jetzt bekommt er das auch noch ab das auch angreifen wenn ich halte ich nicht offen ab da kommen wir ja immer diese angriffen meine güte natürlich wird von bombardiert und jetzt aber musik beinahe ich kann ausreichend aua aua sagst du dazu naja mit dem tag hier war noch ordentlich aufs maul von dem fliechner da wie viel ich irgendwie so nebenbei und da mal reinpacken klassen kann man ja auch noch mal vorbeischauen und weitermachen ich glaube ich werde noch beschäftigt sein mit dem spiel paar parts jetzt mal durch mir aber ein paar rezepte ein ball an dort geführt also geht das doch wohl nicht auch mit dem dreck auf habe ich meine chance verpasst oder war genau gleich okay und so und zack ich habe das ding wie du bist nicht tot da war ich mich beim commands verwandelt habe oder was jetzt habe ich jetzt zwei level dazu bekommen leckt mich weil wir sind damit 82 so abgeben sie jetzt mit der freundschaft aus hier mein gott wie viel hat gegeben wenn zugestimmt haben wir 2400 galt brems sind so viele 1 2 3 4 sie macht 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 kann ich alle zeigen ungefähr zehn parts oder so das geht doch nicht also wir sind irgendwann so über port aber alle wegkauern und wer hat nichts geld jetzt haben wir noch vier millionen wir hatten uns auch noch und dann kann man ein paar bänden schwer lang genug ohne jacke music die hat eine jacke ja okay der blaue teil wahrscheinlich mein gott da schon bei der unterwäsche okay was auch immer freundschaftstrank schon wieder gut oder oder jemand der ein bisschen weiter hängt elvin 24 leia immer lieber leia wo ist er hier war vielleicht auch noch irgendwie die müste grad umbenennen oder was weiß ich ja dann würde ich sagen das was auch für diese folge und in der nächsten folge gucken wir uns mal an was hat bonus dann schon zu bieten hat nämlich an ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge